ARD Text im Auftrag von Funk Ja, wir halten jetzt an, genau Da sitzt nur einer drin Halt an, dass wir es hier auseinander nehmen Ja, da sitzt nur einer drin Ne, da sind zwei, ne, da ist nur einer So, jetzt kriegen sie aber einen Strafzettel, den auch ein So, jetzt kriegen sie aber einen Strafzettel Sie kriegen aber den größten Strafzettel in der Geschichte von Alten So, wer ist der Fahrer? Können wir den wenigstens gelaufen? Jungs, ihm die Knarre abnehmen Die Knarre abnehmen Ja, kann ich machen Also Sie sehen den Busch da unten Das ist bestimmt so 20, 30 Euro Wie Angst er hatte, dass wir alle aufsteigen Also in sein Läden einen dicken Strafzettel Das las ich runter Ah man, diese Scheiße klappt ja nicht mit dem Video Wenn ich sag einsteigen, steigen alle ohne Widerworte ein Schauen Sie sich das an Ich fahr jetzt da nochmal runter Ziehen Sie den Busch an Ich schau mir den Busch an Und wenn der, wenn der Pusht Da ist gleich eine andere Sch- Ne, wir haben das Kops kommen in eure Richtung Kommt rein, kommt rein Los, rein jetzt, rein Ich bin genau unter meiner Hebel, ich nehme euch Oh, die sind gecrashed, die überschlagen sich Die müssen sich erstmal heilen, also weg da Nicht in meine Richtung fahren Genau, andere Richtung, perfekt Aber wie der aussteigt So, das gibt einen dicken, fetten Strafzettel Das ist genau richtig so Man muss doch nicht immer direkt auf den Ifrit ballern Oder sonst was Ja, aber er ist auch nur Hallo, ich hab ein Ticket bekommen von 65 Dollar Bitte zurück Hat er echt ein 65 Dollar Ticket ausgestellt? Ja Leute Weil wir den Baum umgefahren haben Und er hat gesagt, der steht da schon seit 20, 30 Jahren Und dann hab ich gesagt, ja gut, wir sind Initiativere Baumperium und wir pflanzen neue Tschüss Danke dir, danke Der vollbesetzte Hummingbird, Herr Bellen Wo? Irgendrüber Ja Die Dreh in die Kombi da Die Dreh in die Kombi da und die Fahre ist weg in Europa das war's aber ich guck mal wo das ist jeder mal hin das sind Rebellen ja bitte kohlen einfach das wäre doch super geil wenn die jetzt da landen und kohlen fahrt aber nicht direkt hin zu denen oh Lucky wieso faust du jetzt hin zu denen kohlen ja landen und da sind wir mit ihnen ist ja gut weil sie jetzt nicht landen was geht da unten ab weil der egal ich weiß es nicht jetzt fliegt er auf mich zu man ne macht er nicht da fahrt einer damit jetzt ein Rennen los ich weiß es nicht Jungs hier da unten sag sie da bleiben sollen nein da ist ne man hier der Emmett wurde geklaut ja ja von wem geklaut worden wo ähm ist denn äh Hummingbird geht runter beim Ausgang aufpassen du fährst direkt du fährst direkt auf den vollbesetzten Hummingbird Zug sie sind ausgeschrieben Coben Angelaufgabe ja da alle mann da die gehen überfallen ne wär ja gut wir brauchen nur dass wir auch gecoilt werden ich bin dort habe eine Truckboxer und wenn die Überfall callen bin ich mit angesprochen wo ist der LKW hin Richtung Attirer ich bin den am suchen Jungs wo der LKW ist ist von der Diamant Diamantenprozess runtergefahren Richtung Attirer Richtung der ist am DP 7 Schild vorbeigefahren wir kämpfen hin suchen sagt doch gar nichts am DP 7 Schild ist der vorbeigefahren abgedeckt andere Richtung entgegen gekommen Ducky andere Richtung ja ich bin da Ducky der Hemet ist auch abgeschlossen der kann nicht äh aussteigen wie können sie sich mit dem Fahrzeug klauen lassen hier wer redet gerade ich hole uns den LKW zurück achso alle mann ja ich bin vor Ort ich bin ich bin auch vor Ort also wenn dann umlaufen die dich nur über den ja da sehe ich aber nichts Jungs ich sehe den LKW nicht scheiß mal auf den LKW jetzt sonst sind gleich alle weg markier mal wo der Hummingbett gelandet ist ja Lande Platz ist markiert ahhh da hinten ist er da hinten ist er ok ich weit westen ja bleibe an den dran da hinten ist ich sehe die alles gut also einen sehe ich jetzt in der Baracke so ich weiß nicht einer rennt zur zweiten Baracke einer ist schon dran einer ist schon dran einer ist schon dran einer ist schon dran hinten ach du Jungs im roten Aufschau oder das sind zwei oder Leute seid doch mal ruhig der ist gecallt der hat Überfall gecallt die haben Überfall gecallt aber ok kommt noch ein Samag äh was ist bei einem blauen roten Container auf meiner Seite ein Spieler bleibt einfach auf Pose nicht rushen nicht die müssen kommen ok ok wie liegst du unter mir kannst du nichts sagen wo ich jetzt gerade lieg ja du liegst unter mir soll ich den Heli und snipen nein 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 na Jungs die Dkler haben auch einsteigen 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 stop ein wenn nimm's ich weiß es nicht ja das ist das blöde wenn die sich nicht ergeben dann töte ich noch Dk ja Dk haben wir gerade einen getötet toll der Hans-Peter-Peter hat mit denen gefarmt ich schreib Dk mal eben das ergeben sein ja ja ich da ist halt ne Mauer auch ja beim Container der ist tot RG ist es ok ähm Jungs ihnen jetzt nochmal ne ansage ansage ja hier er erst nochmal ne ansage machen den soll ich ne ansage machen opala was macht denn der Dk wir hier in dem Efrid ich glaub ihm jetzt hier ne ansage raus ja ich bin draußen der AG hat auch dich gecallt meinst du Supreme oder? der schreibt grad Dorki? ja du sagst einfach ich hab grad überfallen der rampt mich alter ey was machen die? also Supreme stand da auf jeden Fall neben äh als gecallter neben dem äh äh ja neben dem Summers und Emmet ey was machen die alter? die sind mich am ram die sind mich am ram ein na zwei hatte an ey kann er nicht so schön ein helikopter bahnschüsse geben? ja sicher wo ist er dann? Richtung Diohändler das ist extrem laut jetzt aussteigen ihm ne ansage machen hier im Efrid Ja, da müssen noch Feinde sein. T1 und T2 die Baracken sind nicht safe. Hallo, wer ist im IFRED jetzt? Dr. Möller. Jetzt aussteigen, ihm eine Ansage. Ein Moment. Gut, geht lang. Jetzt, jetzt aussteigen. Sind draußen. Und eine Ansage, Ansage an jeden hier. An jeden eine Ansage. Sofort die Hände hoch, oder sie sterben. Knall den hier ab. Knall den ab. Knall den ab. Ich mache das wunderbar, Alter. Wunderbar. Ich habe zwei Old No Names wieder. Beide? Hallo. Jo, er ist auch platt. Ich habe den anderen auch, glaube ich. Moment. Bleib du da, ja? Ich bin da, ich muss mich besser in den Sitzbehandeln. Sind ja alle Autos. Da hinten sind beide Tempests zusammengestoßen. Ja, 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 ja. Boom, und der andere ist am Arsch. Ist in T1 jetzt noch was? Der 1C2 waren mindestens überall ein Tango drin, ja? Also, der ist auch noch drin, aber da werde ich jetzt hin. Der war im oberen Stockwerk Richtung DIA-Händler, die Seite. Ich bin. Äh, derzeit keine Tango ist mehr in Sicht. Lucky, komm ran hier. Wir müssen da hinten unseren Mates helfen. Die haben halt geschrieben auch, von wegen... Wo ist das gewesen? In der T1. In der T2. Ja, definitiv. Kann ich auch bestätigen, da ist auch einer langer Lauf. Ey, sorry, Jungs, Alter, dass es so lange gedauert hat, ne? Aber jetzt erstmal alles safe. Ich mach gleich Rage Quit. Bist mich denn an, ja? Ja, wer verstanden. Weiß mal, wie was abgeht. Also, ich seh den Helikopter, aber leider nicht. So, Jungs, also, wie die jetzt noch gedenken haben, ich habe ein Video, wie die mich mitgekäutern, wie die alle gefolgt haben hier. Ja, ist ein Ort. Das ist okay, die haben uns... Also, das sehe ich das gut weniger. Ich hab mal eine gute Frage mit dem Hem-Transport. Was passiert da jetzt? Wo soll der hinfragen? Der Hem-Transport soll bitte wieder zurück zum Tierprozess. Gut, klar, gut, prima. Die AG sind da aber mehr online als die paar, oder? Hier kommt eine Sportlimousine. Wer ist die Sportlimousine? Das wissen wir nicht. Ich sag... Ich bin noch unten, ja. Ich bin noch unten, beim Diaprozess. Ich bin auf der Seite von der Zira, um den Heli zu saven. Also, zu clearen. Ja, ich denke, hier sind noch Tangos bei T2. Sind's auch noch. Könnt's mal alle ruhig sein, der fucking E-Fig, die jetzt herkommen. Ja, Alter, wissen Sie doch nicht. Zuhören, zuhören, nicht dazwischenquatschen jetzt, zuhören. Kommt's her, T2 sind Tangos, T1 und T2 sind noch Tangos. Die werden jetzt ausgeschaltet, der Rest ist scheißegal. Dann gibt's ja nicht nur einen. Okay, wir haben einen Raumfall. Heilmann, freie Anlage. Dankeschön. Kannst du mal einfach fahren? Ja, bitte, wo? Direkt bei T2. Bei T2 ist ein Eisenbusch. Äh, ein Eisen, Eisen, wo denn? Helder Mann, hat den. Ja, Helder Mann. Ja, schön. Ja, jetzt noch T1, ne? Kurz ruhig. Kurz ruhig. Was ist? Was ist mit der Däugig? Nee, ist gut. Hat einer eine Ahnung, was gerade die DK Spaß machen? Mit dem ganzen Fahrzeug? Die fahren hier rum, Natira. Die sollen, äh... An die, um eine Sekunde, ich muss kurz telefonen. Weil sie jetzt noch das Gebäude bei T1, ne? Gebäude bei T1 hab ich gerade umlaufen. Ja, der war, wenn du von Artira kommst, Supreme, wenn du reingehst, war der ganz rechts oben vorhin, ne? Das war seine letzte Position, wo ich ihn gesehen habe. Richtung, Richtung Prozess oder Richtung Artira? Richtung, Richtung Händler. Weil mir läuft hier unten einer. Was ist dann mein... Ich seh, ich seh das Hexagon nicht. Weil das, weil das Gebäude weiß ist. Ja, Supreme, ich bin hier vor dir irgendwo. Ja, ja. Container, rot, äh, blau, rot, blau. Zu mir, auf meiner Seite. Das war nicht T1 und auch nicht T2. Nein. Markierst du, ja? Lucky, fahr damit zur Garage. Pack ein und fertig. Supreme, bist du obere Etage? Markiert. Ja, das war schon, ja. Okay, dann. Hast du hier schon gecleared oder noch nicht? Es ist noch nicht gecleared, das Gebäude. Ich denke eher, dass die sich weiter verteilt haben, weil ich hab noch nicht gesehen, dass ich... Kurz, kurz Update. Wer von euch hat einen getötet? Dorki. Nein, Dorki. Lucky, sir. Ich mein jetzt beim Diamantenschleifer von RG. Achso, nein, nein. Wer? Da rennt ein Bewaffneter beim Hemet Fuluma, dumm, beim Schild. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Das ist, glaub ich, der Dings, wenn der die Waffe gesenkt hat, ist das ein dicker Aller. Ein Zahmerkopf kommt jetzt rein zu euch. Weil der eine Eger war da, den hab ich euch angecohlt. Hallo, ein Appetit, hier, mit dem Krieg. Hat er rein gerade hin? So ein Reparaturshit. Hast du noch ein Repair-Kit, Dr. Meller? Äh, müsste ich noch einmal, ich guck muss mal, dass sie kommen. Ja, hab noch. Kannst du das zum Ifrit? Ich hab's gemacht, schau. Bei mir geht's eine Sportlimo. Eine Sportlimo? Ich hab's gerade auch. Achso, gehört jetzt zu dem bestimmt. Also, das ist ein gewählter Wegmacher. Ich hab's ja, ja. Ach, drei Appetit sagen, wir kriegen auch. Danke. Also, drei sind von der EG tot, aber es war ein Hummingbird mit fünf Mann. Und auf beiden Seiten saßen zwei plus der Pilot. Ist T1 und T2 noch da? Äh, gut, eigentlich. Ist ja die Häuser durchgelaufen, oder? Ja, T1 sind wir durchgelaufen. Ja. Ich glaub, bei T1 eh das falsche Gute war. Ja. Naja, bin ich heute geschossen. Okay. Ich weiß nicht von wo. Ich bin jetzt schief. Ja, bin fast tot. Keine Ahnung. Nee, das bin ich der Hand. Richtung Attira. Glaub ich. Ab Diamantenhändler überfallen, no names. Hat mir einer geschrieben von DKA. Sind die da jetzt hingefahren, Didi? Ach, scheiß auf die, egal. Wir haben auf jeden Fall Richtung Attira noch einen Schützen. Ich hab den gesehen. Innenseite, Innenseite. Ich markiere sofort. Markierung ist raus. In 3, 2, 1. T. T. Äh, Ausrufezeichen. Äh, Paragraf. Innenseite. Ist grad gemoved. Soll ich dir helfen? Dann hole ich meine Waffe wieder. Wohin ist da unterwegs, der Typ? Ich kann ihn von hinten waschen gleich. Ich bin 100 Meter von ihm weg knapp. Ich bin 50 Meter von ihm weg. Ich bin hinter der Maura. Ich bin hinter der Maura. Ach, der ist da hinter dem Mausten oder was? Ja, hier liegt er. Ist er tot? Ja. Ich glaube, gehst du da rein. Jetzt wollen. Musst du. Weil Andi und ich sind genau über dem, am Helion. Andi kann schießen. Cops. Auch an Schleifer. Ich hab eh, hier ist ein Langer. Andi. Will ich mal bitte her. Wo heißt das? Harbin. Harbin, Harbin. Alle sind hier? Kopenhagen und Schleifer. Ja. Ein Hummingbird mit Cops, aber nur einer. Redet mit dem. Sagt ihm, DKA wurde hier überfallen von RG. Wir beschützen lediglich und werden das Gebiet jetzt so schnell wie möglich verlassen Wenn die gerne machen Ich hab immer noch einen Platten mit dem Ifrit Kann mir mal einer was hier hinbringen? Ich hab keine Ahnung Hey ich seh einen Schützen, Achtung ich seh einen Schützen Wo? Das ist in dem Fall südlich Ausgang Ich weiß noch nicht ob ich den jetzt umratzen soll einfach Wir fahren hin Kann DK alles aus Wo genau? Fahr einfach drum herum Markier's hier Du bist links von dir jetzt, links von dir jetzt Da drin Da drin ist er Guckt erstmal wer das ist Fahr da hin Ja hier raus Oh die Partikel aus Er schießt durch die Wand Ist klar man Ist es er? Wohin genau ist er jetzt? Ist er da drin oder was? Ist er da drin oder was? Jo Ah da Er rennt raus Er ist er rein Jo ist tot, ist tot, ist tot, ist tot, ist tot Ich sterben wollte halt Ein bisschen Notar Notarz ist doch noch hier ne? Er ist grad damit vorbei gedüst Dank In Nummer 1 schreiben Ja Jungs Ja Jungs Was ist los? Ja, wir können hier nicht schießen Reviven, schießen Reviven Das ist halt Aber die sollen jetzt schießen Aber die sollen jetzt chillen noch Bewerfen ja Ähm Job Öhm Was kriegt das? BAM HAHA Video Okay, ich glaub, ähm Nein, ich soll noch eskaliert Knallst den Kopf auch da oben ab, Alter, was der Adi ist Alle Kopf sterben jetzt Ohhhh Das war hart Ja, das war auch Erik, Erik Mani, renn runter, Mani, renn runter Oh, das war so hart Mani, verpiss dich da Wir haben unsere Anleihen gemacht Ja 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 Ja, im Prinzip hätten sie an die eh wieder festgenommen Hätten, sagst du, wir haben sie Beruhigt euch, gezentriert euch, das sind noch immer Cops Ich hör nur Schüsse die ganze Zeit, von daher geh ich mal aus, dass sie noch Ja, K.A. hat soeben einen abgeschossen Eifrit, kannst du mich jetzt noch sagen? Ich kann so diesen Attira gerade Ja, der, Eifrit ist jetzt da, einen Moment Gut, geht gleich Wollen wir mal schnell umdrehen Dr.Müller Position, ne? Sehr schön So, gut gelöst, das Problem Steig ein Moment Das waren aber noch lange nicht alle Cops Das Problem, was wir jetzt haben D.K. gibt uns, geben die uns irgendwelche Rückmeldungen? Wer ist jetzt mit denen gerade im Kontakt? Okay, dann Nichts Einfach auf D.K. schaßen Ja, richtig Mit den D.K. haben wir scheißegal, wann Lacky, bring dann Eifrit irgendwo weg, ja? Wir haben dann auch alle zurückziehen Alle weg hier Einfach abhauen Soll dann jemand in Kontakt treten, was die ihr da Das macht dann nicht Das macht dann nicht Gut 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 Vielen Dank.